Ich habe vier Persönlichkeiten in mir. Man nennt das dissoziative Identitätsstörung. Alles okay? Ich hab mir Sorgen gemacht. Wer sind Sie? Ich bin Tajima, ihr Nachbar. Du sollst außerhalb der Arbeit mit keinen Männern sprechen. Du hast doch mich, das reicht. Ryoko, du weißt, dass du uns niemals anlügen kannst. Du hast unser Versprechen gebrochen. Lassen Sie sie gefälligst in Ruhe. Wer genau sind Sie? Ich werde dich immer beschützen. Vor deiner Mutter. Und den Männern. Einer anderen Persönlichkeiten beginn dich zu verstören. Das ist nicht wahr. Wir wollen nicht sterben. Und deswegen werden Sie ab jetzt nicht mehr mit ihr sprechen. Zu Ihrem eigenen Besten sollten Sie ihr nicht zu nahe kommen. Ich werde die Luе für ein sehr. Wir sind ein ganzes Vier. Untertitelung des ZDF, 2020